Ich bin Herr Nickel, ich sitz hier unschuldigerweise im Knast, weil ich angeblich Nathalie in einen Ofen geschmissen hab und sie danach vergewaltigt hab, aber ich bin unschuldig! Ich hab diesen kleinen Zivilisten erschossen, denn ihr habt meinen Raben getötet! Ihr habt meinen Raben getötet! Ihr habt meinen Raben getötet! Geht ihr auf? Die Nacht wird erzählt! Nur heute haben wir ein Zые, der der Schmutzung von Grau. Ich bin jetzt wieder Enkel Löwen. Ich bin Zivilisten, die in Kinder-Sendung erwähnt! Verdamm' ich noch eins, da ist schon wieder so ein blödes Rabentier. Was machen Sie da, wer der Herr? Ihr habt meinen einzigen Freund getötet und dafür habe ich einen Schüler getötet und jetzt werde ich dich töten! Einen Schüler? Moment mal... Einer meiner Schüler wurde getötet! Du hast meinen Schüler getötet! Hey Digga, hast du den Stoff? Ja, normal. Aber ey guck mal, da ist Fetze Digga! Ey, Fetze! Aui! 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 Komm! Ja! Ja! Links! Aui! Aui! Ah! 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 Dramatis! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020